Musik Tja Freunde, da habe ich Sie nun gefunden und zwar sind das die richtig Und wo geht das Ganze hin? Zur Kunstzent der Kinderklinik in Schömberg und da sind wir dabei, da sind wir nicht nur mittendrin, sondern auch dabei und ich zeige euch mal wie es hier abgeht, die Leute sind alle nett und froh, so wie ich, das bin ich sowieso. Stimmt's? Jetzt muss ich überlegen, wir sind noch live auf Sendung, jetzt muss ich überlegen, wir checken schon mal zusammen und ich bin die Josefine Schlich. Jetzt kennst du mich persönlich. Ja und jetzt lege ich mich mal aus, bis zum nächsten Video, denn das ist aus.